So liebe Leute, Willkommen zum Katzenpeach Cup. Auch hier haben wir Daisy. Diesmal mit der roten Fröte. Krass. So ein Herbstabling. Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist jetzt da. Schmeckt halt ins Video. Ja, bis jetzt ist es sogar die Leute. Um was für einen Konflikt bei zu tragen. Was ich nicht gedacht hatte. Im Barrow Cup. Was nicht schön ist. Ja. Was nicht. Ich habe hier gemacht. Der sofort in den Weg geht. Oder in den Weg geht angenommen. Boah, heute muss man ja alles machen. Heute kann man alles machen. Das habe ich noch gehört gehabt. Ich weiß nicht was stimmt. Die Deutschen sollen irgendwie nicht mehr so viel heizen. Ich bin ja überall immer irgendwie. Die ich auch schon recht habe. Ich bin ja überall irgendwie. Ich weiß nicht. Jedenfalls irgendein Quatsch. Oder jedenfalls. Ich höre mir die Name gar nicht mehr richtig an. Ich höre mir nur zwei damit. Und dann nicht los. Ich höre mir jetzt nicht mehr an. So. Roter Frott. Was? Ich glaube den habe ich mal in. Oder hier. Die Liener Gerät. Wie der Heidre oder sowas. Dort habe ich einen roten Frott. Woher gekommen ist. Ich bin da. Ich bin die ganze Zeit. Hier. Ich bin drin. Ich bin dran. Das ist total. Ach ne aber darf ich nicht. Ich bin da honey 들어 mit Tour. Scheiße. Ich habe ich wahrscheinlich wie lange gekauft gehabt. Das weiß ich noch. Egal. Soviel dazu. Ja, jetzt kommt die Donkey Kong, äh, die Donkey Kong, ja, Donkey Kong Skikane. Und hier nehmen wir mal die Wolke, da hat es ihm jetzt so heiß. Und den schönen Rekordgleiter, ja, der so geil ist, wo die Zeit drauf ist, wie lange ihr schweb in der Luft. Wollt ihr, ob das richtig, richtig gerade ficken kann ich. Das ist jetzt kein Spaß, das liegt für den Gleiter. Denken Sie bitte genau, wie lange ihr in der Luft wart. Bugar geht es loh, wie lange ihr gut funktioniert. Oh yeah! Huuuu! Da muss ich eben auch die Items vermeiden. Aber wir müssen ja sparen, ne? Wo diese Tatoony noch kommt? Oh ja! Oh ja! Woooo! Oh ja! 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 Bis zum nächsten Mal.